Und der hat ein neues Lied, Wir fliegen weg, warum er eigentlich wegfliegen will, wo alles beim Fußball so gut läuft, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da jemanden, der sagt, Fußball kann ich auch nicht mehr sehen, ich gehe mal in ein Land, wo es keine Fußballübertragung gibt. Wir fliegen weg, wir alle, meine Kollegen und ich, bitten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit für Roberto Blanco. Du hast so gern wieder braun gebrannt, doch das wird man jetzt nicht bei uns zu Haus, darum gibst nur eins, du musst wieder mal hier raus. Nun sag mir nicht gleich, was macht das Büro, die Arbeit, die bleibt, dir ja sowieso. Lass doch einfach mal, Fünfergrade sein und ich verspreche dir, du wirst keinen Tag bereuen. Wir fliegen weg, 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 wie den Vorschein. Nimm dein Gedäck, weg, weg, und steig ein. Wir fliegen weg, 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 du bist frei allein. Nehmen wir los, wir schauen noch ab, wo es Termine gibt, und bitte darum, dass man sie beschmiebt. Und wenn man uns fragt, was ist denn nun los, dann sind wir ganz erstaunt und sagen als antwortlos. Wir fliegen weg, weg, weg in den Sonnenschein, mit deinem Weg weg, weg, weg und steig ein. Wir fliegen weg, 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 nur wir zwei allein. Wir fliegen weg, weg, weg in den Sonnenschein, mit deinem Weg weg, weg, weg und steig ein. Wir fliegen weg, 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 nur wir zwei allein. Wir fliegen weg, 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 nur wir zwei allein. Ich freue mich, dass wir wieder mal zusammen sind. Freue mich auch. Ich kann ja jetzt verraten, er kam heute zu mir ran und sagte, merkst du nicht, dass ich brauner geworden bin? Ja, aber es ist... ...ist doch wirklich so. Es ist auch wirklich so, weil, Sie glauben ja nicht, ich habe eine Sonnenbank geschenkt bekommen und ich gehe ab und zu in Sonnenbank. Und da hier also diese besonders schöne Farbe. Diese polzebraune, polzebraune, Sonnenbank. Sonnenbank, da lege ich mich hin. Ja, sehr schön. Frau Berthe, was machen Sie denn als nächstes? Jetzt, ich gehe zur Sonnenbank nochmal.